So, moin moin! In diesem Video werden wir uns mit den Views im Kontext von Datenbanken auseinandersetzen und warum wir Views brauchen, wenn wir professionelle Datenbanken entwickeln und betreiben wollen. Und dazu müssen wir uns natürlich erstmal damit auseinandersetzen, was eine View bzw. eine Sicht überhaupt ist. Und unter einer Sicht bzw. unter der View, da verstehen wir eine virtuelle Tabelle, die aus einer Abfrage erstellt wird. Also sie stellt eine Möglichkeit dar, Daten aus einer oder mehreren zur Runde legenden Tabellen zu kombinieren und daraus eine maßgeschneiderte Perspektive oder Ansicht zu generieren. Also praktisch gesehen haben wir unsere hohe Datenbank bzw. unseren rohen Datenbestand und wir generieren eine individuelle Sicht darauf, wie es für uns nützlich ist. Bedeutet, wir können somit komplexe Abfragen in einfache und ganz leicht verständliche Ansichten umwandeln. Und das kann nützlich sein, wenn wir bestimmte Daten immer und immer wieder abfragen müssen, da sie als View sozusagen als wiederverwendbares Objekt bereitgestellt werden. Und ein ganz wichtiger Punkt sind auch diese bestimmten Daten, denn wir können mit einer View garantieren, dass ein Benutzer eine bestimmte Daten abfragen kann, also nur die Berechtigung erhält, die er auch wirklich braucht. All die Theorie ist natürlich nutzlos oder die Praxis. Und in der Praxis, da gucken wir uns jetzt mal folgendes Beispiel von der Hyper-EDV an, wo Matze für eine Arztpraxis eine Datenbank gestellt hat. Und für diese Datenbank, da gibt es natürlich verschiedene Benutzer, also einerseits die Arzthelfer und Arzthelferinnen, die natürlich den kompletten Zugang haben und auch alle Daten in der Datenbank abfragen können. Aber gleichzeitig gibt es auch noch externe Firmen, die einerseits für Statistiken, Steuern etc. zuständig sind, die ebenfalls Zugriff auf die Daten haben, aber natürlich nicht auf die sensiblen Patientendaten. Und wir sehen hier, wir haben hier die Tabelle mit den ganzen Patienten und wir haben jetzt extern eine Firma, die zu Statistikzwecken verschiedene Daten abfragen muss, aber natürlich keinen Zugriff auf die Patientenakten haben darf, beziehungsweise auf die Patientendaten. Ein Ausschnitt, beziehungsweise was für uns jetzt wichtig ist, ist die Tabelle Patient. Und die seht ihr ja mal abgebildet, aber diese Tabelle, die darf eine externe Firma niemals zu Gesicht bekommen. Und die Lösung der ganzen Geschichte ist recht simpel, denn Matze nutzt jetzt den Create View Befehl, denn mit Create View kann man, ihr könnt es euch denken, eine View erstellen. Die Syntax ist recht leicht zu verstehen. Wir starten mit den Wörtern Create View und darauf folgt dann der Name der View, die wir erstellen wollen. Und dahinter seht ihr dann das Schlüsselwort S und ganz zum Schluss folgt dann die Abfrage, die wir für diese View nutzen wollen. Also in diesem Fall erstellen wir jetzt eine View namens Anzahl Patienten und als Hintergrund dient hier die Abfrage, wie viele Patienten insgesamt in der Tabelle Patient vorhanden sind. Ihr benötigt an der Stelle natürlich dann eine Select-Abfrage und wenn euch das noch nicht so ganz geläufig ist, dann schaut auf jeden Fall mal in der Playlist hier rechts oben vorbei. Da habe ich ein ausführliches Tutorial hinterlegt, wie ihr mit SQL-Abfragen umgehen könnt. So, und ich zeige das jetzt mal, wie das in MySQL aussehen würde. Wenn wir das Statement jetzt nochmal ausgeführt haben, dann können wir hier in unserer Datenbank auf Ansichten und dann Anzahl Patienten klicken. Also das ist ja die View, die wir gerade erstellt haben mit dem SQL-Statement. Und ihr seht, wir erhalten hier die Anzahl 804 Patienten, die in unserer Praxis dann insgesamt vertreten sind. Und jetzt könnten wir, wenn wir verschiedene Benutzer hätten, diesen verschiedenen Benutzern die Rechte geben, dass sie auf diese View zugreifen können. Wie das speziell in MySQL funktioniert, das habe ich übrigens in dem oben verlinkten Video erklärt. Aber ganz kurz, mit GrandSelect könntet ihr jetzt theoretisch einem Benutzer die Rechte geben, dass er sich diese View anschauen könnte. Exemplarisch habe ich jetzt mal hier gezeigt, mit welchem SQL-Befehl ihr mit GrandSelect dann angeben könntet, dass der User einzig die eben erstellte View dann auch anschauen könnte. So, wie das so häufig aber ist im Leben, man macht etwas und irgendwie ist es dann doch nicht richtig und man muss es modifizieren und das kann man natürlich auch bei den Views machen. Und das machen wir mit AltaView, denn in diesem Fall brauchen wir das wirklich, weil Matze sich nochmal die Tabelle angeguckt hat und gesehen hat, dass hier rechts noch eine zusätzliche Spalte vorhanden ist. Und zwar gibt die an, ob die Patienten noch aktiv sind oder nicht. Und da diese Information noch benötigt wird, kommt Matze um AltaView nicht drumherum. Und deswegen nutzt er jetzt das folgende Statement. Wir starten wieder mit AltaView, also zwei Schlüsselwörtern und dann folgt der Name der View, die wir modifizieren wollen und darauf folgt dann wieder das S. Und jetzt brauchen wir das SQL-Statement, was wir stattdessen an dieser Stelle nutzen wollen. Und hier modifizieren wir das nur ein ganz klein wenig und zwar packen wir noch eine Where-Bedingung hinzu. Und in dieser Where-Bedingung fragen wir jetzt ab, ob der Patient noch aktiv ist oder nicht. Und wir gucken einfach nur, steht hier eine 1 bzw. steht hier eine 0. Und die 1, die steht dann in diesem Fall dafür, dass der Patient noch aktiv ist. Und manchmal ist es so, dass es nicht reicht, Sachen zu ändern, sondern manchmal muss man Sachen komplett löschen. Und natürlich kann man auch eine View per SQL löschen und das macht man mit DropView. Also wenn wir jetzt das Statement DropView, Anzahl Patienten, einmal ausführen lassen würden, dann wäre die Ansicht verschwunden und wir könnten nicht mehr darauf zugreifen. So, ich hoffe, das Ganze ist klar geworden. Links, da kommt ihr zu meiner Playlist zu den relationalen Datenbanken. In der Mitte, da könnt ihr abonnieren, um nichts mehr von mir zu verpassen. Und rechts, da kommt ihr zu meiner Playlist, wo ich etwas über das ER-Modell erzähle und zwar wirklich von Anfang bis zum Ende. Schaut da doch gerne mal rein, vergesst nicht zu abonnieren und ansonsten bis zum nächsten Mal.